Moin Leute, willkommen zu meinem 60 Abonnenten Spezial Video und ich hätte es auch nicht gedacht, dass ich mal dieses 60 Abonnenten Spezial Video raushauen würde Ja, ich zocke jetzt Team Deathmatch auf der Map Aftermath, mein Name ist YouTube Gamescom und logen wir einfach mal los, weil ich möchte erstens mal meinen ganzen Abonnenten danken und auch nicht meine Abonnenten, weil ich habe nicht nur Abonnenten, sondern auch noch Zuschauer weil ich bekomme auch sehr oft auf der PS3 gesagt, hey, YouTube Gamescom, ich finde dich gut aber das Problem, ich habe kein YouTube Ja, das macht ja mal gar nichts Das Einzige, was ihr braucht, um mir zu zocken, wenn ihr mal wirklich mit mir zocken wollt ist einfach eine Playstation 3, die vielleicht online fähig ist und dann können wir auf jeden Fall mal zusammen zocken Schreibt mir einfach ein Hai an oder darf ich mal wieder zocken auf der PS3 einfach eine Nachricht schreiben So, aber es geht jetzt nicht um mich, es geht einfach um meine ganzen Abonnenten meine geilen Zuschauer Alter, ihr seid die Besten Wow Mano, 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 Man Seit gestern sind nochmal zwei neue Abonnenten dazugekommen Das liegt an diesem KingMando96 mit über 1400 Abonnenten der einen Kommentar auf einem Video bei mir losgelassen hat Ja, ich habe so viele gute Abonnenten schon so viele treue Abonnenten Ich habe ja damals mit Twitter angefangen, habe da Twitter-Videos parodiert habe gesagt, hey Leute, das ist der Wichsfrosch24 und ihn könnt ihr gerne mal adden und da habe ich Probleme mit dem Urheberrecht bekommen habe ich natürlich signen lassen dann und ja Ah, das ist doch diese Map, wo ich doch mal mit dem Dr. The Don von die Chaoten HD gezockt habe habe das aber nicht auf YouTube geladen also glaube ich, irgendeine Fehler passiert hier So Och, was war denn das für ein Fernseher hier? TV, Apple TV hier So Leute, ja, vielen Dank nochmal für das ganze Zusehen bei meinen Videos Inzwischen sind es ja schon über 250 Videos, die ich jetzt schon rausgehauen habe Manche gut, manche weniger gut Und ja Bah, Ronin Ronin Ja, was gibt es Neues eigentlich in der Woche? Ja, der Joey Heimel ist Dschungelkönig sozusagen, hätte ich nie gedacht Aber ich denke, er hat es auch verdient, Dschungelkönig zu sein Aber das werde ich im nächsten Video mal erzählen Und ich denke einfach mal, Leute Haut rein, noch auf eine schöne Zeit Ihr werdet mich noch lange am Leben sehen Oder am Zocken Oder PS3 werdet ihr mich noch lange hier erleben müssen Oh, also habe ich jetzt was erzähle ich hier wieder Tja, ich sage einfach mal, tschau Leute Haut rein Und bis dann Euer YouTube Gamescom